Jeder von uns hat eine Vergangenheit, die er gern hinter sich lassen würde. Ungeschehen machen. Glaubst du ernsthaft, du wirst mich los? Niemals! Der Russe ist einer, der Birken liebt, von Olga Gresnova, ist die humorvolle und zutiefst tragische Geschichte von Mascha, Mitte 20, die als Kind aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen ist und die mit den Vorurteilen, die ihr begegnen, auch spielt. Frau aus Osteuropa, klar, trägt High Heels, hat einen fetten Akzent und viel zu viel Make-up können sie haben. Dass sie Jüdin ist, ist manchmal von Vorteil, manchmal schadet es. Dabei ist Mascha so viel mehr. Sie spricht fünf Sprachen fließend und will Dolmetscherin bei der UNO werden. Und sie ist traumatisiert vom Krieg in Aserbaidschan, dem sie und ihre Familie entfliehen konnten. Ihr Freund Elias versucht sie zu verstehen, durchzudringen hinter ihre Fassade. Als er unerwartet stirbt, verliert sie vollends allen Halt. Er konnte nicht sterben, nur wenige Meter von mir entfernt. Er hätte auf mich warten sollen, wir hätten zusammen sterben können. Ich hätte nichts dagegen gehabt. Aber Mascha will irgendwann nicht mehr leiden. Sie flieht erneut, diesmal nach Israel und will noch einmal ganz von vorn anfangen. Aber natürlich kommt auch da alles anders, als sie sich erhofft hat. Olga Gresenhova kennt die Orte und Geschichten, über die sie schreibt. Sie selbst kam als Zwölfjährige nach Deutschland und hat einige Zeit in Israel gelebt. Der Roman ist voller scharfsinniger Beobachtungen. Das aufregende Porträt einer Generation. ausготов Katrina von 2020 von 2020 von lendemachen Bescheid von 2020 von 2020 Allahu